Musik Vielleicht versuche ich heute mal was Neues. Ich habe an Double Cork gedacht. Mein letzter Double Cork, der war irgendwann im Herbst, deswegen wird auf jeden Fall mal Zeit, den wieder zu machen. Ich glaube, ich sette mal. Erstmal machst das gut, weil ich den auch schon ein paar Mal gemacht habe. Okay, der hat sich schon mal sehr gut angefühlt. Ich habe manchmal das Problem, dass ich so ein bisschen nach rechts drifte. Ich weiß nicht, ob ich mich damit gleich komplett aus dem Leben schieße, aber ich glaube, ich send den jetzt einfach. Master School Double Cork. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal für diese Session. Ich gebe jetzt was anderes. Weil, ja, ich glaube, wenn ich das jetzt weiter trainen würde, würde ich mich halt safe verletzen. Ja, also ich glaube, ich habe es schon zehnmal erwähnt. Mein Main-Goal für dieses Jahr ist ja Dup Dup. Deswegen werde ich mich diese Session, glaube ich, einfach mal an 1-2 und 2-1 setzen. Ja, der Übergang war gar nicht mal so geil, aber ich meine, der war fast gelendet. Hätte ich die Hand weggelassen, hätte man den zählen können, aber ist jetzt egal, der zählt halt nicht. Aber der ist auf jeden Fall drin, also ich kann den safe nochmal versuchen. Nächster Try sollte klappen. Ich glaube, ich leg noch einen drauf. Ich könnte den safe comboen, dass ich danach noch ein Cut Full oder so dran hänge. Irgendwie sowas. Oder wenn es gut läuft, ein Cut Dup. Das wäre auch richtig nice. Ja, auch wenn die Combo heute gar nicht auf einer Linie war, immerhin gesendet. Schon mal geil. Ey, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss beim Hyper das Bein früher rauskicken. Dass ich gar nicht so in diese Drehung reinkomme, sondern so ein bisschen mehr auf einer Linie bleibe. Und dann sollte das auch klappen, weil der Cut Dup ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie ich rauskomme aus dem Hyper. Das ist das Problem. Ja, ich weiß nicht. Also die Power lässt auf jeden Fall nach. Man hat es wahrscheinlich schon gesehen. Am Cut Dup. Also ich glaube, beschissener kann man nicht lenden. Aber ich habe jetzt bestimmt 15 Trys oder so daran verschwendet. Wenn ich jetzt aufhöre, wäre es halt alles umsonst. Deswegen werde ich jetzt einfach noch den Rest der Power da rein investieren. Weil ich hasse es halt so Kombos anzufangen und die dann nicht zu lenden. Ich muss den Scheiß jetzt lenden oder halt keine Power mehr haben. Eins von beiden. So geil, dass ich die jetzt gelandet habe. Ist auch das erste Mal auf Wiese. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Halt im Gym, aber noch nicht auf Wiese. Und genau das meine ich halt. Hätte ich die jetzt halt nicht mehr versucht, hätte ich halt meine ganze Power verschwendet. Und hätte den halt nicht mal gelandet. Und der war jetzt so halbwegs clean, sag ich mal. Also die Übergänge. Ja, ist okay. Kann man mit leben. War auf jeden Fall nice, dass ich den jetzt noch lenden konnte. Und ja, jetzt ist die Power halt auch raus. Jetzt mache ich ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, wie die Warriors. All my niggas gon' shoot. He gon' have to take a loss, so my niggas gone too. I know a bad bitch and I'm who she belong to. I just picked a Cuban up from Wafi, bitch, these stones know. Doji and Gabon is on my feet and he's my favorite pal. Got a lot to lose, still can't be scared to take it down. I was in them slums, shit get dreadful like some Haitian hell. I come from that zoo, it's just Kobe's pigs and they Janelle. 1300 blocker, bitch, I call my last case a spell. Ain't no second chances in this shit, so we can't play it fell. Fold him last shit like a barber Glock, knock off his facial hair. Caught him lockin' in his whip, they tryna find his face enough. Look how bad he stay on go, bitch, how he know it's green like. Let off shots with accuracy, show them what that beam like. Posted by that liquor store was selling what the fiends like. Used to wake up and low wind come, now I live a dream like. Not you boy and hustling, nigga stunting is my strong suit. Flexing with a hundred cash, look at what these songs do. Can't stay in the baller, baby, I'll do what I want. Okay, die Kart-Full-Pop-Fulls haben sich richtig gut angefühlt. Ich hab das sonst immer aus Scoot gemacht. Und meinen ersten 1-2 im Gym hab ich mit Shose-Step gemacht. Aber Kart fühlt sich grad echt am besten an. Ich war halt echt teilweise kurz davor, ihn zu committen. Aber die 1,5-Fulls, die sind echt nicht gut genug. Ich würd mich halt auf die Fresse legen und das ist halt einfach nicht wert. Muss halt nicht sein, deswegen warte ich einfach, bis ich demnächst wieder Full-Power hab. Und dann denk ich mal schon, dass ich den centen werde. Ich hab heute ganz gute Sets hingelegt und das ist schon mal eine gute Grundlage, dass der demnächst auf jeden Fall kommt. Und wer weiß, vielleicht Ende dieses Jahres Dub-Dub wär natürlich richtig geil. Aber ja, mal schauen. Ich bin auch soweit durch mit der Session. Ich mach jetzt noch ein paar Basics und dann bin ich auch fertig. Was ich auch noch verbessern wollte dieses Jahr, das ist eigentlich so ziemlich meine größte Baustelle. Das sind Kicks. Deswegen mach ich jetzt auch noch ein paar Kick-Kombos. Die sind halt absolut scheiße, deswegen mach ich die jetzt auch am Ende. Weil, ich weiß nicht, meine Power jetzt dafür zu verschwenden, das wär's jetzt auch nicht wert. Deswegen einfach noch ein paar hässliche Kicks zum Ende, damit die auch irgendwann mal besser werden. Dann bin ich halt auch wirklich durch und dann beende ich auch die Session. Das ist auch nicht in den Slums, das ist noch ein paar Virene Bindernifely haber. Ich bin kein Hahn, damit sie jetzt nicht in den Harbein von dem Süper. Ich wohne einen da, ich bin kein Kupin und dann vom Waffie, die Steine knows. DolceAnna, Gabbana's on my feet und he's my favorite pal. Got a lot to lose, still, can't be scared to take it down. I was in the slums, shit get dreadful, like some Haitian hell. I come from that Zoo, it's just Copisco's pigs and they Janelle. 1300 blocker, bitch. I caught my last cases down. Ain't no second chances in this shit, so we can't play FL. Float him last, shit like a Barber Glock, knock off his facial hell. Bis zum nächsten Mal.